Boss, whatever that mist is, it's all around you. We can't see through it. I'm changing the RV so it's outside the mist. Get over there, the chopper will be waiting. Ich würde gerne, ich gehe mal runter von. Wie war nochmal Fernglas? Äh, Fernglas. Da ist noch einer und da ist noch einer. Wie komme ich denn an den Gurken jetzt vorbei? Ja, da müssen wir ausprobieren, weil wir müssen jetzt zum Hubschrauber Markierung setzen. Was ist da? Da gehen wir hin. So. Abgräte. Ja, jetzt ab durch die Mitte würde ich sagen. Anders geht's ja wohl kaum. Komme ich da vorbei, ist die Frage. Oh, da zeig mal die Map. Kann ich auch außen rum? Wäre ziemlich weit. Nee, den Berg hoch einfach komme ich nicht. Ich will nicht da zwischen die Typen her. Abwehr mega weit außen rum. Wir gehen jetzt ab durch die Mitte. Ab durch die Mitte. Gib Gas, Fury. Ich seh' sie, ich seh' sie. Boah. Hau ab. Nein, 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 nein. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Los, los, los. Reite, reite, reite. Schneller, schneller, schneller. Da ist doch der Hubschrauber. Komm, gib Gumi. Oh, boah. Wie schnell sind die denn die Viecher? Hau ab. Ne, ne, ne. Wie ist die Viecher denn los? Geh, Fury. Gib Gas. Geh, Fury. Gib Gas. Nein. Geh, Fury. Wir wiegen einfach ab. Haha. Blöd Männer. Kommt ihr mir nach? Das ist sehr schön. Man muss ausweichen. Ausweichen, 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 ausweichen. Kann ich sie hier loswerden? Hier war doch das schöne Lager. Boah. Das war aber heftig. Da habe ich böse Haube gekriegt. 182 Meter. Was waren das für Viecher? Ich gehe ja beiseite. So. Hoppi, hoppi, hoppi. Nein, ich hatte die Klappe. Kann ich hier mitnehmen? Halt, bleib hier. Wo willst du hin? Du Gaul. Ach, ihr müsst den mitnehmen. Komm. Können den Müller noch nicht zurücklassen. So, hopp. Rein mit dem Typen. Und ab die Bus. So. Aha. Ja. Sehr schön. Hahaha. Oh, wo ist das Pferd hin? Hat er einen Luftballon gehangen? Wo ist das Pferd hin? Ich sage das Pferd hin? Ich habe einen Pfad hin. Das ist ein Pferd hin. Das ist ein Pferd hin. Zahlungsbilanz. Ja, ich würde gerne mal sehen, was ich mit der Knarre machen kann. Äh, mit der Knarre, mit der Kohle machen kann. So, Belohnung. Afghanistan heute und Wad Ozelon in Besprechung. Kassette erhalten. Prima. Das ist jetzt unsere neue Oh, der Kollege hat ja, dem fehlt ja ein Abend, fällt mir jetzt erst auf. Vielleicht kriegst du auch so einen Arm, wie ich einen habe. Ja, wir waren Zeichen, okay. Schlitten auf, aus der Zeit für Zeit. Schauen, was für die schrecklichen Geld wir finden können. Du nimmst es. Wir haben es geschafft. Siehst du das? Diamond Dogs. Unser neues Haus. Ja, das haben wir schon gesehen, das Zeichen. Death. Wir waren es auch nicht. Ja. Ich erinnere es alles. Ich nicht so ganz, Kollege, aber ist schon in Ordnung. Boom. Da ist er was gebacken. Das sind wohl Erinnerungsfetzen. Wer ist Eden? Er sieht nicht gut aus. Snake. Ja. Was ist los? Hör mal auf zu jammern. Setz dich mal hin und halt's Maul. Was ist das? Sie sind nach dir in Cyprus. In Afghanistan. Cypher just keeps growing. Swallowing everything in its path. Getting bigger and bigger. Who knows how big now? Boss. I'm going to make them give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest. Until we do. Nothing. Pulling mother base. Na endlich. Held da Ruhe. Ganz schön hysterisch, der Kerl. unsere neue Mother Base. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich werde es größer, besser als vorher. Kas, was soll ich machen? Boss? Sag mir. Sag mir wie du bist. Na endlich! Da ist unsere Base. Und da werden wir auch alles erweitern können, soweit ich das gehört habe. Hier wird sich bald unsere Kohle, unser Zeug zum Einsatz bringen. So, jetzt bring den Typen erstmal weg, der will uns nicht weiter auf die Nerven gehen. Oh, der war auch noch eine Fußprothese, habe ich auch nicht gesehen, aber hat er ja gejammert. We pull in money, Recruits, just the combat cypher. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. Jawohl, Rache, da kann ich dir vorstellen, dass du Rache willst, das wollte ich auch. Wir kreisen für was, und wir antworten. No greater good. No just cause. Cause. Cypher send us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. That was not my kind of place anyway. und so. We're going to die Britsche. Ah, Dreck motzig, ne? Dreck den Typen hauen. Soldat, er hilft dir doch nur, du Arsch. Ja, endlich, endlich. Ruhe ist jetzt. Nein! Wir können Cypher-Boss kreieren und du kannst den Armee bauen. Nur eine Sache, Kaz. Das geht nicht um die Vergangenheit. Wir kämpfen für die Zukunft. Natürlich! So, lernen wir, wie man die Mother Base betreibt. Ja, das würde ich gerne. Wer macht denn da so komische Geräusche, der Hubschrauber? Ja, ich glaube, dann machen wir aber beim nächsten Mal die Mother Base. Ich schätze mal, da wird eine längere Tour, bis dann alles erklärt ist und was wir hier machen. Ich will mich hucken. Ja, ja. Hältst du die Klappe? Ich bin am schwätzen. Hahaha. Okay. Der Typ war ja, unser Kost, der war ja ziemlich frustriert. Kann ich mir ja vorstellen, aber die ganze Zeit dieser heroische Kram ist ein bisschen viel für mich. Ich bin nicht so der... Das mag ich nicht so. So. Okay. So weit, so gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auch gefallen. Bis auf das Gejammer. Ja. Ich komme ja schon. Aber gleich. Beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.